Bist du gerade irgendwo angefasst, Yvonne? Nein, warum? Weil du so ins Mikrofon hauchst. Zurückblick auf, mach ich nur gestellt. Was ist das für eine Mucke? 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 collaborations Musik Was ist das für eine Mucke? Ashley Ja indo lovv Nee Au! Fuggen, sauernd um! Aber warum? Au! Fuggen, sauernd um! Aber warum? Ah Juhu Ich habe nicht gedacht, dass da eine Lücke dazwischen ist, ich habe das gar nicht bemerkt, die Runden davor Ja, das Problem davor ist eine Bodenwelle, die hat mich in der dritten Runde rausgehauen Ich war doch schön gerade rüber, da kommt eine scheiß Bodenwelle, da bin ich dabei gerutscht Juhu Ich bin auf die Folge Das war am Gänzen Am vorigen, der war einfach unerwartet, der sieht, hat sich gerade gar nicht mit gerechnet Ich bin auf die Folge Schon wieder? Ist das eine andere Strecke? Fahrräder? Das war 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 so haben wir ein bisschen was zu tun jetzt hier sehr schön von drei runden verschwinde markus ich habe den hessischen hinterkopf jedes mal in der kamera kann man hier kann man die fahrzeuge klauen ich glaube das habe ich schon mal um dem rennen gemacht aber das ist doch standard auch ganz nicht absteigen kannst du nicht absteigen du hast ja jetzt kein gta-rennen naja ich habe die sich ein bisschen darauf aufgeregt weil ich mit motor geklaut habe auch als ein fahrrad rennen war ja sie morgen jetzt nicht ich glaube sie sind schon da muss ich doch passen dass ich kann über die greife nach so einfach an meine schule sucht eine andere straße alter nach dem rennen voll krampf vom daumen ja tschüss im auto ich habe heute nicht mehr sagen würde es abgeht bleibt da denn eigentlich ein bisschen entspannt vertreten jetzt hier entspannt war ich hoffe ich habe gleich noch diese laster weg oder so war mein glück habe ich jetzt gleich irgendwann von der seite weg da ist das rennen nicht vorbei aber gerade in meinem beim golf card auch gesehen kann ganz schön sich wieder drehen da sehe ich auch schon wieder schon fast dran du da du ich ich Das war's für heute. Ja, Baby! Alle präsentiert? Alle präsentiert? Wo ist eigentlich Baby? Ja, tut doch um mich! Ah, fuck ja, durch die Scheißfehler habe ich mir das echt einfallen lassen. Ich dachte, ich habe es gerade ausgefahren. Ich habe so gehofft, dass sich irgendwie noch ein Auto von der Seite wegkrampt oder so. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen und aufgenommen. Ja, es hat gerade auf Zuschauer umgeschaltet und da sehe ich, wie du gerade so ping-pung! Das war das Leiden, das hätte ich auf mich gewartet. Das war aber lustig, ey! Wow, 27.000 für ein bisschen Fahrradfahren? Warum nicht? das war ich machen!